Ich bin Offizier, Geheimkurier der Regierung. Ich habe einen Geheimauftrag. Führen Sie mich sofort zum Kommandeur. Politische Immigranten, Abenteurer und Gangster aller Herren Länder sind nun dabei, mit einer regelrechten Armee Guatemala zu überfallen. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wohin wollen Sie? Wir haben uns verirrt und wollen zu unserer Einheit zurück. In Niger seien mehrere Uranlieferungen, gerade genug für den Bau von zwei Atombomben, verschwunden. Uran. Eine völlig neue Dimension. Nur ist das gefährdet, ja. Fahren Sie nach London und ermitteln Sie die Tasche. Wir werden die arabischen Staaten auseinander dividieren. Krieg? Ja.